Jo, herzlich willkommen zurück und, ähm, so, machen wir doch direkt weiter. Das passt sich ja. Von der Zeit her war das noch in Ordnung. Gingen ja nur 7 Minuten, insofern kann ich direkt weitermachen, ne? Erobern Sie den roten Platz. Zurück. Ja, was ist denn los hier? Wow. Zurücklaufen dürfen wir nicht, denn killen sie uns. Soweit ich weiß. Kann es ja trotzdem mal zeigen. Macht hier jetzt wohl doch nichts. Jedenfalls an der Stelle nicht. Brauch immer noch eine Waffe, Leute. Hier liegt das, oder? Oh. Die Mosin. Mosin, Garant. Boah, jetzt schießen meine eigene Leute nämlich auf mich. Vielleicht braucht die Munition. Ich brauche die Munition. Ja. Ich brauche die Munition. Ich brauche die Munition. Ja. Ich brauche die Munition. Auf dich. Oh 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 oh. erwischt der ordner ich habe nicht gespeichert das habe ich ja das ganze noch mal machen die munnen ich schaue mal eben schnell war auch f5 über mxpain ja gut dass ich nicht gespeichert habe sonst wäre jetzt erledigt gewesen jetzt habe ich einmal glück gehabt dass ich da bis hinter den hinter dieses türmchen kam oder was auch immer und jetzt schaffe ich es nicht noch mal oder was probieren wir es jetzt halt notfalls mit wenig munition man versteht ihn kaum aber ich glaube man konnte ja auch nicht die stimmen und sowas anpassen da haben wir nur eine gesamt lautstärke und das ist genau so dann wahrscheinlich hier mit der helligkeit dann lässt man über die finger von und macht das über den mixer oder was wie auch immer hat er die hütte gesprengt was ist denn da scheiß granate da ey oh shit ein bisschen erwischt hier ja erst mal die buffe vom feind ist immer eine gute idee hier ja ja der typ ist aber gut ja der mit mir losläuft war er kann wenigstens was da gibt es diese ppsh ok dann laufen wir hier mal hoch hier ist mächtig vom bude ey oh shit granate oh man komm her sack komm her ja ich stehe da hier mal ich stehe da hier mal oh man die zonen haben wir auf jeden fall jetzt genug eliminieren sie die offiziere in der feindlichen blockade übrig vier ok ich brauche doch diese mosin hier da ist doch� da ist schon mal gleich einer da ist immer gleich jemand das treffe ihn nur nicht jetzt aber da ist schon mal gleich wirklich klar da ist schon mal vielleicht einer treff ich nur nicht ich schieße einfach mal drauf hier irgendwas irgendwen haben wir doch hier übersehen wir stehen hier unten im graben doch was sich bewegen sehen werden sie den roten platz zurück ja das machen war wieder zurück laufen dann müssen wir wieder runter das kriege ich auch noch hat sich die vielleicht besser behalten ich weiß es nicht aber doch dann habe ich ja gespeichert ja und noch ok, da hat es mich jetzt erwischt ja komm, machen wir ja komm, machen wir ja, jetzt habe ich eine aber, oder? ja, kommt noch einer nach, ich heb die trotzdem mal auf, ich laufe jetzt da runter das macht, aua, das wollte ich nicht sagen eigentlich, mächtig party, so ja, ist richtig krass krawall am start mal gucken, wenn wir das machen hier auch wenn sie den roten platz zurück, jo, habe ich vor oh so treffen sie mal, ja, du brauchst am bahnhof achso, ok, wir mussten nur lange genug warten ist auch gut muss ich mir sicherlich hier wieder bei deutschen durchschlagen hier, ne sicherlich muss ich da rein, ich meine mich zu erinnern wie das früher so war ich habe das ja durchgespielt damals und habe dann, äh, united offensive, also die erweiterung zumindest angefangen gehabt und, ähm, ja das habe ich natürlich als let's play hier auch noch vor also ich werde die erweiterung dann auch spielen und jetzt gucken wir mal hier einfach mal pauschal eine granate reinschmeißen oh, die war verschwendet, aber gut was soll's muss man hier tatsächlich nur durchlaufen, ja ok und er speichert wow wow ja, was, wann, wo au, au, au au, au da oben dort noch oh wer wagt das nicht hier noch hör mal anders komm, wo schießt du ach, aus dem turm da oben komm oh, jetzt haben wir eine aber und ich lauf nicht alleine, dass ist auch schön da muss ich hier hoch oder Nej? Wohohohohohohoho Sound-Effekte sind natürlich auch geil, wenn er hinter mir rechts nachlädt, ne? Das ist halt das ganze gute alte ERX-Gemache. Das machst du nicht nochmal mit mir, Junge. Ja, schön, dass ihr auch mal kommt. Aua, aua, aua. Jetzt gibt's hier richtig auf den Sack von uns. Scheiße. Verliebende Leute hier. Hab ich's dir gegeben mit der Granate, ja? Läuft. Au, 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 au. Ah, ich glaub das war echt ne gute Idee, dass ich die mitgenommen hatte, ja? Ja, ich hör dich, aber ich seh dich nicht. Ach, da vor mir, da unten. Na komm. Das war's für dich. Nicht mit mir hier. Gib Ruhe, Junge. Verstehst du das? So. Ganz easy, ja? Und ich denke, hier machen wir einfach mal Schluss an dieser Stelle. Mal hier nochmal so'n Schnellspeichern. Denn die Zeit ist eh so gut wie voll, da schaffen wir nicht mehr viel. Und, jo, bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt COD1.